Hey Leute, ab heute kann man die Daytream VR kaufen. Das ist Googles Vorstellung, wie eine Virtual Reality Brille sein sollte. Ich konnte sie nun über eine Woche testen und was ich von ihr halte und ob ich sie besser als Gear VR und so weiter finde, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Geliefert wird die Daytream für 70 Euro in dieser schicken Verpackung, die gut zum Pixel passt. In dieser ist neben der Brille selbst noch eine Fernbedienung und eine Schlaufe für diese. Als Ladegerät dient das vom Pixel selbst oder halt jedes andere mit USB-C. Die ganze Brille besteht aus Stoff und ob man es nun glaubt oder nicht, das ist tatsächlich etwas Besonderes und ergibt Sinn. Google dachte sich nämlich, dass man, wenn man etwas auf dem Gesicht trägt, das Ganze auch weich und bequem sein sollte und nicht sperrig und aus Kunststoff. Und was soll ich sagen? Sie haben recht. Ich konnte diese Brille sehr viel länger tragen als eine HTC Vive oder Oculus Rift oder so, weil sie eben leichter und weicher auf dem ganzen Gesicht ist. Sie hält nur mit einer Schlaufe auf dem Kopf und das kann dafür sorgen, dass man hier an der Stirn so ein bisschen eine Druckstelle mit der Zeit bekommt, weil man sie eben doch recht fest an den Kopf anziehen muss. Davon abgesehen fand ich es aber sehr bequem, weil man eben nicht schwitzt oder sie irgendwie schwer ist oder so und kein Gummi auf dem Gesicht rumdrückt. Grundsätzlich sollte man aber, um fair zu bleiben, die Daydream VR nicht mit einer Vive oder Oculus vergleichen, sondern mit einer Gear, weil eben das Handy das ganze Herzstück von der Sache ist. Aktuell werden circa fünf Handys unterstützt, das sind nicht sehr viele. Dazu gehört aber das Axon 7 oder das Pixel oder sogar Huawei Mate 9. Also es sind ein paar aktuellere schon unterstützt, aber das Handy muss eben stark genug sein und ein gut genuges Display haben, damit man hier auch ein gutes Erlebnis hat. In dem Moment, wo man das Smartphone in die Brille reinlegt, dann startet auch direkt die Daydream App und man muss noch den Controller verbinden, der an sich auch sehr, sehr cool ist. Dieser Controller hat oben ein Touchpad, über das man manche Spiele steuern kann oder allgemeines Interface und er wird eben auch im Raum erkannt wie eine Wii Fernbedienung. Außerdem hat er noch ein paar Knöpfe, wie zum Beispiel eine Lautstärkewippe oder ein Homebutton, wo man immer zurück wieder in dieses Homemenü kommt. Und dieses Homemenü, das ist ziemlich cool, denn das ist ein Raum. Man steht da mitten in so einem Dschungel und kann dann Sachen auswählen. Man kann auch in den Playstore gehen und direkt Apps installieren und das fand ich sehr angenehm. Man muss die Brille tatsächlich nicht abziehen, sondern kann eigentlich alles mit dieser Fernbedienung steuern und das ist doch recht einzigartig, weil ich bisher Virtual Reality Brillen eben nur so kannte, dass man, wenn man in einer App drin war, sie benutzen konnte, aber eben nicht aus der Brille heraus direkt in die App starten. Standardmäßig installiert sind so Sachen wie YouTube, Street View oder auch ein paar kleine Spiele. Die sind jetzt aber nicht so super speziell und es gibt eben halt noch nicht super viele Inhalte, was ein bisschen schade ist und was auch schade ist, ich kann euch das gar nicht zeigen hier in dem Video, weil man eben durch die Brille durchschauen muss. Aber ihr müsst mir einfach mal glauben, dass es sehr gut funktioniert mit der Fernbedienung und ich da echt überrascht war, weil Smartphone VR jetzt bisher nicht so die berauschendste Erfahrung meines Lebens war. Was ich sogar gemacht habe, war mir einen ganzen Film in Play Movies angucken und zwar den neuen Captain America. Der Film geht immerhin drei Stunden und ich fand es gar nicht so unangenehm, ihn anzugucken. Was mir aufgefallen ist, dass das Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt ist, was gestört hat. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass man in der Play Movies App auf einer Wiese sitzt hinter einem Baumhaus und dann guckt man auf so einen Leder oder so und da ist dann die ganze Leinwand drauf und irgendwie war das eine nette Atmosphäre, in der man da sitzt tatsächlich und einen Film anguckt. Ein bisschen schade war, dass das Handy sich nach drei Stunden von selbst abgeschaltet hat, weil es überhitzt war und das fand ich ein bisschen komisch, weil, keine Ahnung, das sollte ja nicht passieren, besonders wenn man nur einen Film anguckt. Ich meine, ich hatte jetzt nicht ultra viel Zeit mit der Daydream VR, aber ich wollte euch auf jeden Fall mal sagen, was ich davon halte. Denn ich finde, für 70 Euro hat sie einen sehr angemessenen Preispunkt, besonders in Kombination mit dieser Fernbedienung. Außerdem war es erstaunlich bequem, diese Brille zu tragen und es hat mir einfach Spaß gemacht, mich ein bisschen auf diese VR einzulassen. Und wenn man dieses Wetter gerade berücksichtigt, kein Wunder, dass ich in VR verschwinden wollte. So, das war es jetzt aber von diesem kurzen Review meinerseits. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen geholfen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao.